Willkommen zur examensrelevanten Rechtsprechung 200 Sekunden. Ich habe Ihnen heute einen Fall aus dem Zwangsvollstreckungsrecht mitgebracht. Der Sachverhalt ist so, dass der T gestorben ist, zwei Kinder hinterlassen hat und eines der beiden Kinder leider nur den Pflichtteil kriegt und nun von seinem Bruder wissen möchte, wie viel Vermögen eigentlich vorhanden ist. Der Anspruch wurde auch gerichtlich durchgesetzt und nun gab es einen Titel, der entsprechend vollstreckt werden sollte. Im Vollstreckungsverfahren wird aber als Einwand erhoben, die Auskunft sei schon erteilt worden und zusätzlich noch eine Vollstreckungsgegenklage erhoben. Im Verfahren 1, also der Vollstreckung, sagt der Kläger, gut, also wenn ich hier keinen Erfolg habe, weil der Eindruck erloschen ist, gebe ich freiwillig den Titel zurück und werde nicht weiter vollstrecken. Das heißt, es ist doch ohnehin kein Anlass für § 767. Dem schlossen sich das LG München II und das OLG München auch an. Dass Ansprüche vollstreckt werden können, ist klar. Für nicht vertretbare Handlungen ergibt sich aus § 888 ZPO, dass ich einen Antrag bei Gericht brauche, auf den sich dann der Antragsgegner auch verteidigen kann und insbesondere Einwendungen erheben kann. Der § 767 ist ein eigenes Verfahren für Einwendungen, bei dem genau die Parteirollen vertauscht sind. Der Unterschied ist aber, dass hier der Titel insgesamt vernichtet wird und man den entsprechenden Urteilstenor dann auch nicht mehr fürchten muss. Der BGH prüft nun ganz sauber die Zulässigkeit. Kein Problem gab es bei der örtlichen Zuständigkeit, denn für beide Fälle war das Prozessgericht des ersten Rechtszugs, das heißt das LG München II, zuständig. Das Problem war das Rechtsschutzbedürfnis und da war klar, es war kein Missbrauchsfall, es war auch ein rechtsschutzwürdiges Interesse gegeben, nur es könnte möglicherweise einfacher, billiger und schneller sein, sich einfach nur im ersten Verfahren zu verteidigen. Die Verteidigung ist allerdings nicht wie die Berufung eine Maßnahme gegen den Titel als solche, sondern nur gegen die konstrierte Vollstreckungshandlung. Damit ist es ein formal anderer Streitgegenstand und die beiden Verfahren sind eigentlich was ganz anderes. Vor allen Dingen kann der rechtskräftige Titel nur durch 767 I beseitigt werden und eben nicht durch die Abweisung von konkreten Verfahren. Das Risiko in dem Verfahren des 888 ist auch, dass der Antrag zurückgenommen werden kann und es damit auf die Einwendung gar nicht mehr ankommt. Zudem 888 hat andere Voraussetzungen, der Antrag wäre auch erfolgreich, wenn gar nicht zugestellt worden ist. Es geht also nicht unbedingt um den Titel, sodass es auch nicht vom Inhalt gleich ist. Schließlich ist es für das Gericht auch egal, weil beide Verfahren vor dem LG München II verhandelt werden müssen, sodass das eigentlich kein Doppelaufwand sein sollte. Die Erklärung ändert in der ganzen Sache nichts, denn sie begründet nur schuldrechtliche Ansprüche und eben nicht die automatische Vernichtung des Titels. Was können wir jetzt mitnehmen? 767 I geht weiter als die bloße Verteidigung gegen eine konkrete Vollstreckungsmaßnahme, weil der Titel insgesamt wegfällt. Eine Erklärung ändert daran nichts. Examsrelevanz eher Mittel, Vollstreckungsrecht kommt ungern dran. Die Überzeugungskraft des BGH ist extrem hoch und damit sollten Sie die Entscheidung auf jeden Fall mal gehört haben. Für eine mündliche Prüfung ganz lustig. Vielen Dank.